Guten Tag, mein Name ist Ecker-Georg, ich bin hier in Nairobi, bin vom österreichischen Roten Kreuz hierher entsendet und arbeite hier für das Internationale Rote Kreuz, für die Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften. In der jetzigen Phase, in unserer Terminologie, befinden wir uns noch immer in der Einsatzphase, also in der Katastrophenhilfsphase und in dieser Phase haben wir unseren Fokus auf Health, also auf Gesundheitsversorgung der Bevölkerung, dann Livelihood, also das ist in unserem Fall vor allem Hilfsgelder, Hilfsgeldlieferungen, um die ökonomischen ersten Probleme mal für die Bevölkerung, für die betroffenen Bevölkerung auch federn zu können und ein Fokus ist natürlich auf die Arbeit in Urban Slums, also in Großstadtslums und in Flüchtlingslagen. Wir bitten inständig, dass wir da vielleicht mehr Gelder zur Verfügung bekommen, um entsprechend zu unterstützen zu können. Dankeschön. Musik 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 Musik